Diese Welt mit dem Namen Erde brachte viele würdige Gegner hervor. Eine exzellente Herausforderung. Einige besaßen eine Macht, die der Rasse des Predators unbekannt war. Zauberei. Der Predator wollte diese neue Macht selbst nutzen, um sie bei seinen Feldzügen einzusetzen. Er analysierte die Trophäe aus einem bestrittenen Kampf und entdeckte schließlich ihre Geheimnisse. Mit der Macht der Zauberei war der Predator unaufhaltbar und dezimierte ganze Welten mit Leichtigkeit. Er war zum Apex Predator geworden.